Mein Name ist Stefan Siegert, ich arbeite für das Team Soos Digital. In Soos Digital haben wir in den letzten zwei Jahren 20 Smart City Projekte an den Start gebracht. Projekte, die wir hier in diesem Stadtlabor mit der gesamten Stadtgesellschaft diskutieren wollen. Eines dieser Projekte ist das Projekt Big Bird, wo wir von den schwächsten Verkehrsteilnehmern als Grundlage ausgehen und für diese barrierefreies Fahren ermöglichen wollen.